Hikmet Schivci bleibt ein roter Teufel, Erik Durm wechselt zum FCK und was sonst noch passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Kaum wurde es in den vergangenen Tagen rund um den Betzenberg etwas ruhiger, präsentiert der 1. FCK Sesslautern heute auch schon die nächste hochkarätige Neuverpflichtung. Der in Pirmasens geborene Erik Durm wechselt in die Pfalz. Der 30-jährige Weltmeister von 2014 ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar und war an der Saison 2020-21 mit 21 Einsätzen ein wichtiger Bestandteil von Eintracht Frankfurt. Auch wenn ich noch nie für den FCK gespielt habe, für mich fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen, erklärt der Neuzugang. Damit wäre die Baustelle Außenverteidiger beim FCK höchstwahrscheinlich abgeschlossen, auch wenn der Verein scheinbar am 20-jährigen Linksverteidiger Brooklyn Ese interessiert ist. Diese wechselte in der Winterpause von Schalke 2 zu Victoria Berlin und wurde mit 5 Scorerun in 12 Spielen direkt zum Stammspieler. Doch auch der FC St. Pauli zeigt Interesse am 1,90 Meter großen Abwehrspieler. Der Wechsel von Kenneth Pahl wird dagegen nicht stattfinden. Der 24-jährige Linksverteidiger wurde aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit mit Geschäftsführer Sport Thomas Hengen bei der PSV Eindhoven mit den Roten Teufeln in Verbindung gebracht. Schlussendlich entschied sich der Holländer für einen Wechsel in die englische Championship zu den Greenspark Rangers. Apropos Thomas Hengen. Dieser gab in einem Interview mit der DPA Einblicke in die Kaderplanung. Demnach liegt der Fokus auf mehr Tempo im Spiel der Pfälzer. Man möchte zusätzlich noch 2-3 Verstärkungen verpflichten, um das ausgerufene Zielklassenerhalt möglichst früh perfekt zu machen. Weitere feststehende Abgänge sind Lukas Röse und Mittelfeldmann Anil Götzütok. Die Verträge der beiden werden nicht über den 30.06. hinaus verlängert. Auch die Zukunft von Nikola Sessa ist ungewiss. Sein Vertrag hat sich zwar automatisch verlängert, dennoch wird er wahrscheinlich keine sportlich wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen. Der an Rot-Weiß Essen verliehene Marius Kleinsorge hält sich bis Ende Juni bei RWE fit, hat aber genauso wie Sessa keine Zukunft mehr beim FCK. Obwohl er ein wichtiger Bestandteil beim Aufstieg in die 3. Liga dargestellt hat, verzichtet Essen auf eine feste Verpflichtung des Lügelspielers. Endgültig die Roten Teufel verlassen wird auch Stürmer Elias Hood. Nachdem dieser im vergangenen Winter quasi im Austausch für Terrence Boyd zum hallischen FC wechselte, dachte niemand an eine erneute Rückkehr. Doch wegen bestimmter Vertragskonstellation kehrte Hood aufgrund des Aufstiegs zurück in die Pfalz, wechselte nun aber zu Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Angebote für Ersatzteuerhüter Aftus Bahic liegen derweil nicht vor. Obwohl Hikmet Schifti und der FCK noch vor wenigen Tagen bei den Vertragsverhandlungen weit auseinander lagen, meldet der Verein nun doch Vollzug. Engel kritisierte die Vorgehensweise seines Beraters in einem Interview mit der Rheinplatz noch scharf, doch scheinbar mit Erfolg. Denn die Einigung erfolgt schneller als erwartet. Zwar kehrt der von St. Pauli ausgeliehene Innenverteidiger Marvin Sänger zurück zu den Kiezkickern, Gleiches gilt jedoch nicht für Felix Götze und Simon Steele. Die beiden Mittelfeldspieler kehren vorübergehend auch zu ihren Stammvereinen zurück, Doch das letzte Wort über eine weitere Rückkehr zum FCK scheint noch nicht gesprochen zu sein.